Ich glaube, ich unterbiete mich, das wird jetzt das kürzeste Trailer-Video sein. Ja, reicht eigentlich, was ihr da seht. Und es gibt aber noch ein bisschen mehr anzuschauen. VK, BitChute, Odyssey, Telegram, die sich den Trailer bei Venus TV aufrufen. Entsprechende Link kopieren ab in die Browserzeile und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.